Willkommen bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um ein Lupo. So, Lupo haben wir ja abgeholt. Lupo ist wieder hier. Danach habe ich dann auch nicht mehr gefahren. Das war am Sonntag. Nee, Samstag. Samstag war das. Sonntag wollten wir fahren. Sonntag war leider schlechtes Wetter. Ich musste ein, zwei Sachen erledigen. Natürlich, den Ladenluftkühler haben wir natürlich erneuert. Das ist schon krass, ne? Das ist schon krass, dass sowas hier sowas von dicht ist, dass wir überhaupt keinen Ladedruck hatten. Knapp 1 Bar. Ich habe da ja später nochmal mit... Ist wie so kaputt. Ich habe ja später, hatte ich ja mit ihr geredet, mit ihr meinte, das ist schon krass. Hatte auch so noch nicht erlebt. Ja, so. Zündkerzen habe ich gewechselt. Wir haben jetzt RS4 Zündkerzen drin. Ihr wisst, RS4 glaube ich 355, 350 PS Serie schon. Haben die anderen Zündkerzen drin. Die Zündkerzen von RS4 sind ja hitzebeständiger. So wurde eben erklärt. Ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht. Auch was dazu gelernt, ne? So, Zündkerzen wurden erneuert. Die sind ja auch relativ neu gewesen. Die werden wir auf jeden Fall zur Seite tun. Der Wagen läuft natürlich 1A. Dann hatten wir... Also, dann haben wir Ladungskühler gemacht. Dann haben wir gemacht das Ganze mit den Zündkerzen. Dass da neue drin sind. Und dann haben wir gemacht N75. N75 sehr, sehr berühmt das Ganze. Hatte einen Knick gehabt. Ich zeige das hier im Foto. War der kaputt. Mit ihr hatte das gesagt gehabt, dass die letzten Fahrt der N75 nicht mehr funktioniert hat. Wir sehen noch warum das Ganze. Das haben wir natürlich auch gemacht. Das habe ich auch wieder neu gemacht. Also, drei Fehler hatten wir gehabt. Drei Fehler sind berühmt. Dann haben wir noch eins gehabt. Das wurde aber... Während der Fahrt war das sichtbar. Geh- oder Näh- oder Zylinder ist bei mir undicht. Kupplung bleibt hängen. Das werde ich aber auch erneuern. Das ist aber kein Problem. So kann man erstmal fahren. So, Zündkerzen sind drin. N75 ist drin. Ladungskühler ist drin. Ja, das habe ich natürlich ganz schnell gemacht. Ich hatte jetzt nebenbei sehr viel zu tun gehabt. Oder ich habe sehr viel zu tun. Ich bin auch alleine zur Zeit. Da kommen wir zu dem Polo. Der Polo wird nicht gemacht. Nein. Weil der Rafet, wegen gesundheitlichen Gründen, hat der den Beruf Nagel gängt. Er kann das nicht mehr machen. Von mir nochmal gute Besserung. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Wir haben den Vertrag aufgelöst und er wird ab dem Januar zusehen, was er jetzt macht. Okay? Von hier nochmal schöne Grüße an Rafet. Alles, alles Gute. So. Deswegen, ich bin ein bisschen alleine. Ich habe sehr viel zu tun. Und muss noch nebenbei an mein Auto schrauben. Weil ich kann das nicht. Weißt du, das ist so. Wenn der Ladungskühler heute kommt. Ich habe mit morgen gerechnet, ehrlich gesagt. Dann ist er gekommen und dann habe ich ganz schnell alles gemacht. Dann musste ich irgendwie nebenbei machen. So bin ich einfach. Aber alles gut. Alle Autos sind fertig. Und bin hier bei dem anderen Auto dran. Und da habe ich auch noch ein bisschen Zeit. Also passt das alles. So. Das haben wir gemacht. Eins habe ich vergessen. Genau. An der Ansorgung. Diese Dichtung. Die werde ich auch noch ändern. Die habe ich bestellt. Die kommen aber auch morgen. Ja. Das war es dann auch. Und wenn alles soweit fertig ist, werden wir auch eine Runde damit düsen. Dann schätze ich mal, dass wir ein schönes Reaktionsvideo machen. So, dass ich alt einsteige und einmal richtig drauf drücke. Weil morgen ist es trocken. Deswegen wollte ich das auch komplett morgen gemacht haben. Und ja. Also seid gespannt. Was wir morgen alles schaffen. Wie der läuft. Und ja. Meine Reaktion im Trocknen. Das freue ich mich schon. Und Donnerstag haben wir sofort das Termin schon wieder bei mit dir. Mit dir. Da gibt es nochmal ein Abstimmungsvideo. Aber das wird dunkel sein. Und da werden wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Dunkel das Ganze. Weiß ich nicht. Wie wir das hinkriegen. Wie wir das filmen können. Ich will es auf jeden Fall filmen. Wenn ihr das möchtet. Also wenn ihr das möchtet. Und in dunkel halt nichts dagegen habt. Wenn ihr das halt nicht so alles gut sieht. Dann schreibt das in die Kommentare. Ansonsten ja. Ja. Ladenluftkühler. Wie gesagt. Das ist schon krank. Hätte ich nicht gewusst. Nein. Es gibt keine Laufrichtung. Das heißt. Es geht nicht so oder so. Gibt es nicht. Bei dem nicht. Bei dem neuen auch nicht. Und ja. Da bin ich aber auch gespannt. Weil ohne Ladeluftkühler hatten wir 335 PS. Wurde korrigiert auf 325 PS. Aber mit Ladeluftkühler. Aber wir hatten eine Ansauglufttemperatur von über 50 Grad. Was sehr sehr viel ist. Und jetzt wollen wir natürlich schauen. Wie das ganze jetzt wird. Mit Ladeluftkühler. Aber das werden wir ja sowieso. Das ist jetzt nicht schlimm. Wir können das eh nicht messen. Später wird natürlich die Abstimmung nochmal komplett kommen. Und danach werden wir ja schauen. Was der so kann. Und dann werden wir auf Endstufe gehen. Die 4 muss vorne stehen. Und das wird es auch. Da bin ich mir sicher. Und danach gibt es dann halt Verschönerung. Ja. Ladeluftkühler wollte ich natürlich machen. Wir haben natürlich wieder ein bisschen Verengung. Das wird wieder ein bisschen am PS gerauben. Das ganze. Aber ist nicht schlimm. Ich bin jetzt. Also wir können das selber machen. Wir können das selber machen. Aber ich möchte das halt. Ich bin jetzt gerade dabei. Ein, zwei YouTubern zu fragen. Die das ganze machen. Die auch ein bisschen bekannt in der Szene sind. Wenn sie sich melden. Gut. Ich habe denen geschrieben. Es kam noch nichts. Ich habe. Ich habe halt angeboten. Dass wir das zusammen machen. Ein cooles Video machen. Aber wenn sie sich nicht melden. Dann ist alles gut. Dann machen wir das selber. Ist ja nur. Ja. Miteinander. Ihr kennt das. Miteinander. Nicht gegeneinander. Aber es gibt Leute. Die. Ja. Die sind nicht wie wir. Oder wie ich. Die sofort schreiben. Es gibt dann Leute. Die können bei. Ich sag mal. Die haben da 15 Kommentare. Und die kommen da nicht klar. Mit 15 Kommentaren. Was soll ich sagen. Jeder für sich selber. Wenn die Community für den einen oder anderen nicht wichtig ist. Dann ist es so. Was soll ich sagen. Egal. Ich bin dabei. Gucken. Ansonsten machen wir das natürlich nochmal richtig geil. Das machen wir alles selber. Das ganze. Und danach schauen wir. Gut. Es war ein kleiner Update. Und wir werden hier natürlich fahren. Und danach zeige ich euch. Wie er sich fahren lässt. Da freue ich mich selber drauf. Und ja. Ich hoffe es ist nicht so langweilig. Ich wollte mich aufhören. Laufenden halten. Und ich arbeite jetzt weiter. Und ich hoffe es.